Hallihallo Leute und ja, zurück bei Let's Play Resident Evil Revelations und ja, wir sind hier vor Chris stehen geblieben, indem wir einfach uns zurückgekämpft haben und den Schlüssel geholt und hinein. Wenn es Chris ist, ist die Frage. Was ist das? Oh, super. Mist, das ist ein Erfolger. Es ist Zeit, dass ihr die Wahrheit bewahrt, Miss Valentine. Okay, das war eine Falle. Episode 1, in die Tiefe, Ende. Somit haben wir sogar Episode 1 doch gespielt. Hätte ich nicht mal einen Cut machen, das ist ein Idiot, manchmal. Okay, ich dachte, das wäre eine längere Cutscene, daher habe ich letztes Mal so einen Cut hier gemacht. Da hätte ich gut ein bisschen weiter, naja. Präzision war schäbig, naja, okay, nicht ganz so schlecht. Es gibt einen A-Rang, immerhin. Zweimal A-Rang, einmal S-Rang, das geht. In diesem Keimer gestorben. Und jetzt können wir speichern. Äh, wir, ich denke, wir machen einfach so Speicherplätze, 1, 2, 3, irgendwas so runter. Das wird im Fall, wenn was passieren könnte, was ich denke, wird bestimmt auch noch passieren. Irgendein Fehler oder sowas bei der Aufnahme, dann kann ich wenigstens wieder zurück. Da bin ich froh drüber. Und zurück, ja, es wurde gespeichert. Es geht weiter. Okay. Bisher bei Resident Evil Revelations. Wir haben den Kontakt zu Chris und Jessica verloren. Ihr Signal ging verloren über dem Ozean. Die Queen Zenobia. Genau hier auf diesem Schiff. Keine Lebenszeichen, aber irgendetwas ist es. Ich glaube, eine Waffe. Das ist nicht gut. Wo bist du, Chris? Chris! Was ist das? Oh, super. Mist, das ist eine Fälle. Es ist Zeit, dass sie die Wahrheit erfahrt. Chris Valentine. Okay, so ein kurzer Rückblick zum ersten Teil, also zum zu ersten Episode. Episode 2. Doppeltes Mysterium. Mit Kuhn-D wächelt die Waffe. Gut, wenn ich eine andere hätte. 48. Gebirge irgendwo in Europa. Langsamer, Chris. Wir sind fast da, Jessica. Das wird doch langsam Zeit. Meine Füße bringen mich um. Das Lager soll auf der anderen Seite dieses Gipfels liegen. Okay. Da das eine Falle war mit dem Schiff, da heißt auch wirklich... Immer noch keinen Kontakt zur Zentrale. Vielleicht liegt es am Wetter. Dass Chris in den Meer ist. Ich hätte gedacht, dass wir hier so lange festsitzen. Tja. Oh, und ich habe eine Schrotflinte. Mit Kuh kann ich mich nicht sagen, aber ich habe eine Pistole. Habe ich auch Granaten? Leider nicht. Scanner habe ich aber. Ja, den habe ich. Aber ich glaube nicht, dass ich hier was... Ja. Nun denn. Auf, nach oben. Was? Oh Gott, es ist abgestürzt. Oh nein. Tausende Menschen. Sie sind jetzt gerade gestorben. Die Informationen über Veltro korrekt. Na los. Egal. So. Ähm. Zur Absturzstelle. Ist eigentlich die hinter uns ganz... Ja. Okay. Sniper sogar. Cool. Kann ich hier. Ich sollte einfach vielleicht doch... So, vielleicht ist ja was im Schnee jetzt, aber ich denke nicht, dass hier in diesem Gebirge was liegen könnte. Außer ein Flugzeug. Ich bin nicht überlebt haben. Schön. Sieh nach der Absturzstelle. Meld dich, wenn du was findest. Ja, sieht ziemlich vernichtet aus. Da ist was. Hier liegen Sachen. Das ist verständlich. Was auch immer das gewesen ist. Mensch, weiß nicht. Was haben die bloß transportiert? Das ist ein Käfig. Wusste ich gar nicht, Alter. Ich wollte hier nur was aufnehmen. Ich will es gar nicht wissen, was die... Oh, na, natürlich. Und keine Leiche. Es hat natürlich überlebt. So. Man sieht es unten rechts ganz gut bei dem. Immer wenn so ein gelbes... Unten rechts jetzt so ein gelbes liegt. Und das Ding ist, kann ich was scannen. Und wenn es nichts mehr gibt, dann ist es einfach leer. Es ist praktisch. Muss ich die mal Blödheit um sich ersuchen. Dann weiß ich, okay, es muss hier was sein. Okay. Der sieht tot aus. Alter, der hat es von so einem Ast erwischt. Aber sieht in Ordnung aus, natürlich. Die hat durchgebrannt. Das hätte ich auch sagen können. Könnte von Veltro gewiesen sein. Ich versuche es mal mit Genesis. Okay. Ein Objekt. Flugplan aufgenommen. Okay. Okay. Das Ladungsverzeichnis könnte uns dabei weiterhelfen. Mal sehen. Sie wollten zum Balkon-Mäcki-Flughafen. Wenn wir das hinwollen, müssen wir durch diese Mine. Das ist interessant, wie ich die Hüften bewegen kann. Wenn man auf die Hüfte schaut. Und ich bewege ganz ganz leicht hin und her. Wenn ich so hin und her. Das sind Dinge, die mir einfach auffallen. Irgendwie kann man Nahkampf benutzen, weiß ich. Mit meiner Waffe. Messer. Genau. Ich habe ein Messer. Munition. Mehr Munition. Sogar ein grünes Kraut. Sonst ist hier nichts. Wo bleibst denn du Mädel? Toll. Jetzt ziehen wir in den Minen rein. In die Minen rein. Ah. Toll. Ah, toll. Hey. Hast du das gehört? Es beunruhigt mich. Irgendwelche Grizzly-Bären. Wölfe. Ich hoffe, es sind nur das und nicht irgendwelche riesige mutierte. Mutierte Wölfe. Ich sage gar nichts. Alter. Aha. Sie sind infiziert. Vorsicht, Jessica. Headshot. Ich bin eigentlich ein Tierfreund, aber tut mir echt leid um euch. Mensch, ihr habt halt jetzt gerade einen Falschen erwischt. Oh. Hat das Flugzeug die Dinge transportiert? Ja, sieht ganz so aus. Dann ist Weltrohr von den Toten auferstanden. Hm. Ja. Und wir müssen sie aufhalten, bevor es zu spät ist. Ich kann also diese Wehrwäsche kurz scannen. Nachher verschwenden sie komplett. Ich muss mich erst mit dem Scannen beeilen. Wusste ich nicht. Zwei Wege. Und da ist aber eine Kiste. Also, warte, da geht es auch nach oben. Ne. Ich gehe jetzt einfach mal hier runter. Ne, warte. Ich glaube, hier letztes Mal war ich ja auch schon. Es ist besser, wenn ich hier runtergehe. Aus dem Grund, es kommen eh Wölfe. Und zwar große Wölfe. Schwarze Wölfe. Ich weiß auch nicht, wie ich sie nenne soll. Ah, Mist. Entschuldige. Entschuldige. Ist nicht meine Absicht. Komm, 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 komm. Das ist so schwierig, so schnell zu scannen, bis sie wieder verschwinden, um diese Punkte zu kriegen. Diese Regeneration. Weiß nicht, was leben. Ich weiß noch nicht, für was man die braucht. Aber verkehrt ist es bestimmt nicht, die zu sammeln. Na, da kommt doch bestimmt noch was um die Ecke. Oder nicht? Schrotgewehr, aber ich habe jetzt, ich spare mal ein bisschen die Schrot. Okay, da würden wir jetzt so hier kommen, wenn wir da oben runter. Also, ich habe, denke schon, den richtigeren Weg genommen, weil die Zeiten, die die hochspringen, kann man nutzen. Und sonst ist man einfach am Arsch. Also, da kommen doch noch mehr davon. Mist. Kack. Hund. Wolf. Scan abgeschlossen. Und hier ist noch irgendwas, sehe ich gerade. Da. Ein grünes Kraut. Ich bin auch ein bisschen angeschlagen. Aber es geht noch. Ich will da nicht rüber. Ah. Was haben wir hier? Eine BOW-Falle. Eine granatenähnliche Hilfswaffe. Sobald sie auf dem Boden berührt, ertönt ein spezieller Ton, den Feind der Umgebung anlockt. Die Granate verliert und zerstört alles in ihrer Umgebung. Okay. So eine Art Mine mit Sound. Ist cool. Sollte ich vielleicht mal equippen? Mit. Was ist die Frage? Okay. Habe ich drin? Die Frage ist nur, will ich hier runter? Ich denke eben nicht. Ist aber nicht so, als hätte ich eine Wahl. Au. Habe ich jetzt gerade ernsthaft? Komm, nimm sie. Ah. Ach du Scheiße. Das ist schon. Habe ich jetzt beide verschwendet? Ich glaube ja. Ich habe zwei, beide geworfen. Beide BOW. Gott sei Dank. Hier ist noch eine. Ich habe mich wohl ein bisschen verklickt. Dachte, die würde ich werfen und nicht am Boden legen oder sowas. Ein Kraut muss ich auch reinziehen. Ist hier was? Ja, hier müsste was sein. Da. Äh, ja. Vielleicht sollte ich doch noch warten, bis ich... Ja. Schrotmunition. Die werde ich noch brauchen. Was ist das hier? Pistolen vielleicht? Noch eine Falle. Cool. Warte, hier ist noch... Ja. Pistolenmunition. Also, Jill, war es? War was? Konzentrier dich. Sie war vorher deine Partnerin, oder? Ja, sie war meine Partnerin. Warum fragst du? Ach, naja. Es war nur so eine Frage. Natürlich. Ich höre es aus seinem Ton. Das war nur so eine Frage. Ein Handabdruck. Weg zum Teufel kommt dort hinten ein Handabdruck. Da müsste ich ja da rüberspringen und zurückkommt er ja nicht. Und das kalte Wasser ist eiskalt. Ja. Ein Toter. Kisten. Kann ich endlich meine Zerstörungswut wieder auslassen hier? Ha. So. Ist. Eine. Noch eine BW. Noch eine BW. Cool. Schrotflinte, bitte. Schrot. Kraut ist auch gut. Da 20 Munitionen liegen hier und ich habe schon 80 im Inventar drin. Sieht cool aus hier. Noch mehr Munition. Übertreibt es doch noch. Na dann. Oh Mist. Autsch. Autsch. Chris. Bist du okay? Nur mein Bein. Ich gehe erstmal nirgendwo hin. Mein Bein. Ich kann wohl. Oh. Scheiße. Warte Chris. Ich bin gleich da. Alter. Ich habe jetzt gar nicht erwartet. Ich gebe dir Deckung. Mist. Ich bin einfach schlecht. Ja. Gott sei Dank. Die eine Sniperin hilft mir noch. Hier. Nimm eine BW. Mist. Warum ausgerechnet jetzt? Aber nicht du. Ich warte noch bis die größeren kommen. Die bleibt da. Ich habe kurz Besuch. Ich muss mich kurz muten. Während dem. Das war Absicht und alles. Ja mache ich. Das mache ich nochmal. Weil ich. Genau in dem Moment. Als ich. Nichts nicht brauchen konnte. Kam hier mein Netzzimmer rein. Und. Muss ich kurz muten. Und abgelenkt. Fortsetzen. Muss ich nochmal runter. Dieses Mal schaffe ich es. Das war. Ich habe noch versucht. Mit deinem Auge zu spielen. Aber. Es war klar. Dass das nicht gut geht. Dieses Mal schaffe ich es aber. Hoffe ich zumindest. Jetzt habe ich euch. Ich kann mich eigentlich. Ich kann mich gar nicht bewegen. Nur hin und hier. Ich könnte auch. Die Waffe wichseln. Eins, zwei oder nicht. Ne. Ich kann nur die Pistole. So. Das ist Skill. Was? Ich weiß gar nicht was du meinst. Ist ja alles tot. Echt? Ich sehe es gar nicht. Wo? Ich kann nichts scannen. Nur dass ich es gesagt habe. Was? Die Munition reicht nicht. Doch habe ich. Ist schön. Ah. Ah. Der hat mich. Äh. Nimm. Eine Granate. Da. Oh Mist. Oh. Da bist du ja. Das war wieder eng. Da bist du ja. Am Arsch. Was tust du Lady? Wie wäre es mit Hilfe oder sowas? Oh Mist. Ach du Scheiße. Ich will ja nichts sagen. Aber ach du Scheiße. Weg. Weg. Direkte Granate. Hier. Geht da hin. Ach du Scheiße. Kannst du stehen? Danke. Alles okay. Ach du Scheiße. Hab ich keine. Doch hab ich. Was ist denn? Vertraust du mir. Genauso wie Jill? Hört zu. Ich vertraue euch beiden. Okay? Außerdem. Man gewinnt Vertrauen durch Taten. Nicht durch Worte. Das ist wieder typisch Chris. Es geht immer nur um den Job. Nicht wahr? Natürlich. Geht doch wohl hier kaum mit dir in dieser kalten Höhle drin. So. Okay. Ich hab's knapp überstanden. Immerhin. Ich hab jetzt nicht mehr so viel Munition wie vorhin. Jetzt müsste ich nochmal zurück gehen können. Das wäre eigentlich praktisch. Aber ich glaube da wird nichts raus. Ich hab nur einen Weg. Der führt nach vorne. Ja. Dann. Geht's hier raus. Und ich sehe schon. Die Zeit wäre auch schon wieder um. Aber ein bisschen. Ja komm. Bis zur nächsten Cutscene. Kommt eh was. Irgendwas muss hier passieren. Ist das die Landebahn? Das ist ihr Versteck. Okay. Wir haben ihr Versteck gefunden. Wir haben ihn auch nicht. Okay. Wir haben ihn. Kein Signal. Wir sind beim Balkon Moki-Flughafen. Verdammt. Das war eine Falle. Wieso das? Aufgrund falscher Informationen habe ich Jaron Parker zum Mittelmeer geschickt. Jetzt habe ich keinen Kontakt mehr. Seitdem habe ich nichts von ihm gehört. Was? Was ist da los? Chris, seh dir das mal an. Unmöglich. Du bist sofort zum Mittelmeer. Ich halte euch auf dem Laufenden. Hast du eine Ahnung, was hier los ist? Das finden wir später raus. Wir müssen los. Okay. Präzision. Naja. Tode. Leider habe ich eine A-Rang. Speicher Bandits. Nein, speichern. Nichts Bandits. Und ich war... Komm, ich mache bis drei hoch. Dann geht's. Hab ich von oben nicht nach unten. Dann geht's schon. Spiel gespeichert. Ja. Und dann kann ich wieder raus. Und weiter klicken. Aber bevor ich das tue, beende ich jeden Part. Und wir sehen uns wieder beim nächsten Part von Let's Play Resident Evil Revelations. Zombies. Just wanna be loved. Ich will nur abgeknallt. Das war ihr Ebenbild. Zombies. Oh, auf einmal kommt eine Meute die Treppe hoch. Oh mein Gott, sie ist alle stecken geblieben. Ich hab grad... Hey. Alter, hast du das gesehen? Die ganze Voice ist einfach mal weg. Ich hab nicht mal ein ganzes Magazin gebraucht. Ich hab nicht mal ein ganzes Magazin gebraucht.